Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schein. Ich sehe vielleicht etwas anders aus gerade, weil ich habe ein bisschen mit den Kameraeinstellungen gespielt, weil es so unglaublich hell ist, muss ich im Vorhang zuziehen, damit die Helligkeit spielen. Und jetzt sehe ich vielleicht etwas anders aus als sonst von der Farbe her, keine Ahnung. Könnt ihr schreiben, ob es besser oder schlechter ist so, aber ich glaube es ist sogar besser. Der Kontrast ist ein bisschen erhöht, Farbentensität. Okay, wie auf dem Video macht es ja, wir wollten weitermachen mit Thaumaturgy. Da brauchen wir jetzt mal, machen wir mal das da. So, holen wir uns einfach mal alle direkt. Ich brauche das alles, das ist alles meins jetzt. So, Form meets Function, Feuer auf Magie. Okay, mal schauen, kriegen wir das hin? Wir haben natürlich unseren Rechner wieder offen, den kleinen Staunen, aber ich schaue erstmal. Wir können erstmal das hier bringen, weil das geht dann auf AR rüber. Und irgendwas hat ja AR und Magie. Muss ich jetzt kurz schauen, was das war. AR und Magie, glaube ich. Nein, das war Aurum, genau, oder? Aurum, ja genau. So geht das und dann hier in die Metall-Aera. Easy going. So einfach geht das, zack. Nächstes gleich. Gold Wind Caps. Dann haben wir Metall, Lucrum, Lucrum auf jeden Fall, Humanus. Dann... Nein, blödsinn, nicht Humanus, das geht auch anders. Wir haben ja sicher noch... Wobei doch, das geht sogar. Wir könnten... Mann, ist blöd. Kann ich da ins... Ja, ins Momentum geht. Okay, dann kann ich das schon mal verbinden. So. Das ist da drüben von Instrumentum noch Metall jetzt mit zwei. Metallum hat... Ordo. Instrumentum hat auch Ordo. Und das hat auch Humanus. Das heißt, wir können Humanus und... dann Ordo. Nein, das geht nicht. Also Metallum noch... Also auf jeden Fall mal Ordo. Irgendwas mit Ordo. So. So. Instrumentum geht jetzt aber nicht. Wir brauchen jetzt irgendwas anderes, was Ordo hat. Hm. Was können wir denn da nehmen? Mal kurz überlegen. Ich könnte das natürlich auch einfach da hinüber verbinden. Dann würde das mit Instrumentum gehen. Ja, Instrumentum und Humanus. Ja. Mach ich mir keinen Stress. Mach ich es einfach so. Passt schon. Gut. Nächstes. So. Das ist... wieder dasselbe wie gerade eben eigentlich. Warte mal. Metall haben wir gesagt. Machen wir Ordo, genau. Ordo. Dann... nach Ordo kommt... Instrumentum und dann Humanus. So. Und nach hier drüben brauchen wir... nach Metall... Mal schauen, was haben wir denn immer bei Permutatio gehabt? Hatten wir da immer Motus? Das weiß ich jetzt nicht. Das schaue ich jetzt nach zum Beispiel. Weil mit Permutatio da erinnere ich mich gerade nicht. Wo haben wir Permutatio denn? Permutatio da. Und... was haben wir da? Metallum genau. Und drei sind das. Wo ist denn unser Metallum? Da. So. Aqua, Gelum, Ordo. Okay. Also mit Ordo bin ich schon richtig gelegen. Oh, ich dachte irgendwas mit Ordo und Aqua müsste es sein. Gelum ist das dazwischen dran. Okay. Aqua... und Gelum. Zack. So. Das hatten wir... vorher auch, glaube ich. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Verdammt. Ähm, nein. Aber... Konzentrier dich jetzt. So. Dann haben wir das hier. Humanus. Magie, habe ich gesagt, hat A-R. Na? Aber Humanus hat kein A-R, ne? Ähm... 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 Nein. Das weiß ich auch nicht gerade. Das hatten wir nicht. Sowas ähnliches hatten wir. Äh... Instrumentum. So. Drei. Vitium, Peditium, Telum. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, glaube ich. Vitium, Peditium, Telum. Da haben wir Telum. Das gehört nach Instrumentum. Vitio... Peditio haben wir da. Aber Vitio haben wir wo? Haben wir Vitium überhaupt? Ja, haben wir. Natürlich haben wir Vitium. Ups, ich habe das falsch rum gemacht. Das war jetzt natürlich Verschwendung. So. Und dann... Von Instrumentum zu... Heißt das Saxum? Kann das sein? Nein, nicht Saxum. Wie heißt denn das? A-Bohr, genau. A-Bohr. Auch wieder drei. Hörbar, Meses und... Mito. Mito bei Instrumentum. Dann... Hörbar... Was haben wir hier drüben? Und Meses. Meses. So. Passt. Vom... Nomicon. Focus Pouch. Ah, da können wir schon einiges machen. Cool. Wo hab ich hier jetzt alle? Nein, ich hab nur zwei. Wieso hab ich nur zwei? Ich will die anderen auch haben. Ach so. So. Do not have to require aspects to purchase this. Ah, okay. Da brauch ich auch... Ach so, da brauch ich Aspekte, damit ich mir das holen kann. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Dann kann ich aber hier auch nicht weitermachen, wenn ich das dann habe, ne? Aber egal, mach ich mal. So, das sind fünf Stück von Magie zu Terra. Schauen wir mal, wo haben wir das? Pricantatio zu Terra. Wo ist Terra? Da. So. Wer sich übrigens fragt, was ich hier mache, also Formcraft logischerweise, aber wie ich das nachschaue, ich habe den Rechner und ich habe vergessen, den in die Beschreibung zu packen am Anfang beim letzten Mal. Aber ich habe das dann im Endeffekt auch noch gemacht. So, warte. Instrumentum kommt nach Potentia und Ordo. Potentia, Ordo. Potentia... Da. Ordo. Instrumentum, Humanus Cognito. Cognito, so. Und dann jetzt wieder in fünf Stück. Sensus bzw. Terra. Nehmen wir mal Terra. Ne, nicht Sensus Cognito. Terra Superdizio. Ich weiß mittlerweile auch, wie die heißen. Ich merke mir alles so langsam. Das geht ganz gut. So. Mortus Spiritus Cognito. Mortus Spiritus Cognito. Terra Ita. Wo habe ich denn? Habe ich Ita? Ja, Ita habe ich. Da. Terra... Wo du sein darfst. Wend Focus Excavation. Okay. Das ist so ähnlich wie das andere. Das unterscheidet sich nur durch das hier. Ja, das sind einfach die Stäbe. Wie heißt das hier? Equal Trade, ja. Wend auf Equal Trade. Cool. Die kenne ich ja noch von so einem Megaprojekt. Alles klar. Dann brauche ich jetzt Terra zu Permutatio. Das ist Aqua. Motus. Ich muss mal wieder ein neues Motus machen. Refill your Scribing Tool. Okay. So. Motus. Dann Ita, Terra und Tutamen. Tutamen. Ita... Terra... Und Tutamen. Wo ist das denn? Habe ich das überhaupt schon gemacht? Das habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Kann das sein? Doch. Ich habe ja schon analysiert die Rüstung. Ich sehe es noch gerade nicht. Wo ist es? Das müsste ich schon haben. Ich habe Rüstung analysiert. Das weiß ich. Oder? Tutamen. Hm. Dann könnte ich ja mal kurz Rüstung analysieren. Machen wir mal so. Äh... Satanhelm. Da war da. Satanhelm. So. Dann haben wir ein paar davon. Ein paar Punkte. Boah. Es sieht cool aus, wenn es da drauf liegt. Okay. Da ist es doch. Alles klar. Dann... Das hatten wir gerade. Magie zu... Terra... Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube es war Motus. Ich schaue trotzdem die Sicherheit nach. Also ich glaube, wenn es mit Motus angefangen hat, habe ich richtig gedacht. Nein. Total falsch. Verdammt. Habe ich total vergessen jetzt. Potentio. Ordo. Potentia. Ordo. Instrumentum. Humanus. Und Cognito. Instrumentum. Habe ich auch noch eines. Okay. Humanus. Und Cognito. Dann kann ich noch mal kurz rüsten. Äh. Hier ein paar Sachen. Ah. Ich denke das Construct geht nicht. Machen wir mal das. Ah. Das habe ich schon. Okay. Habe ich da vielleicht noch irgendwelche Tools. Da eine Pickaxe. Es gab überhaupt kein Instrumentum, oder? Nein. Das ist kein Instrumentum. Wovon kriegt der Instrumentum? Flitten es dir vielleicht. Ah ja. Geht doch. Äh. Cinecide X. Möglicherweise. Cinecide Shovel. Immerhin. Ein bisschen was. Thyrium Sword. Geht an sich auch noch. Das ist aber was anderes. Waffe. Okay. Okay. Reicht fürs Erste auch schon wieder. Reicht fürs Erste. Okay. Okay. Wie sieht es jetzt hier aus? Portable Hole. Fokus Pausch. Fokus Pausch habe ich jetzt. Okay. Portable Hole. Erde ich mal. Das kann ich noch nicht machen. Dann brauche ich was anderes dafür. Aber hier kann ich jetzt vielleicht weitermachen. Kann das sein? Oder wieso leuchtet das? Weil ich es fertig habe. Okay. Weil ich es fertig habe anscheinend. Okay. Gut. AR zu Ita. Das versuche ich jetzt mal. Okay. Da würde Motus gehen nach Ita. Motus hat AR. Da kann ich dann irgendwas machen was. Auch AR hat. Warte mal. Ich könnte Motus. Motus. Und dann irgendwas dazwischen machen. Irgendwas. Ja Aqua zum Beispiel. Das müsste gehen. Motus. Motus. Und Aqua. Jawoll. So. Dann von Ita nach Perdizio. Ähm. Was hat denn zum Beispiel Perdizio? Perdizio sind ja diese Sachen hier. Ähm. Die hier drüben. Das hier zum Beispiel. Das. Mortus. Von Mortus zu. Was könnte ich da machen? Ähm. Spiritus würde gehen. Von Spiritus zu Victus. Ja. Das geht. Spiritus. Victus. Und von Victus habe ich dann Wasser und Terra. Was ist bei Ita drinnen? Terra. Ja. Das weiß ich. Ich kann Terra machen. Einfach. Wo haben wir das? Da. Bäm. Ha. Langsam kann ich's. Was ist das? Ich glaube das habe ich noch nicht. Kann das sein? Terra. Nein. Blödsinn ist richtig Terra. Was ist denn das? Das ist dieses. Ah. Aliens ist das. Okay. Darkness oder Void hat das? Darkness hat Void. Void hat das. Okay. Dann machen wir Void. Machen wir. Warte mal. Das ist Darkness oder Void? Hab ich gesagt. Okay. Dann machen wir. Äh. Wie ist es? Egal. Ich versuch's einfach mal. Ja. Alles. Okay. Und dann Lux in die Mitte. Ach. Das verbindet sich jetzt nicht. Ähm. Wie mach ich das? Mal kurz überlegen. Warte mal. Was hat ein Perdiz hier noch? Die Nebra ist das Void. Hat. Wo ist Darkness? Ah. Nein. Darkness hat Void und Lux. Okay. Was hat dieses Alien Teil? Nochmal schauen. Darkness und Void. Das heißt ich könnte oben Void machen. Ja. Void. Warte mal. Bei Perdizio brauche ich aber auch Void oder? Ja. Oder Lux. Was hat Void? Void hat auch Perdizio. Das heißt. Ich könnte Perdizio. Nochmal Void machen. Perdizio. Da. Nein. Blödsinn. Was ist Perdizio nochmal? Wie sieht das nochmal aus? Mega doof. Moment. Äh. Ja genau das. Ja ich bin wirklich doof. So. Portable Hole. Wieso gehe ich immer in meinen Knapsack? Ich will das nochmal umgekommen. Fail. So. Ja dann bin ich hier auch eigentlich fertig ne. Und wir sind auch schon am Ende der Folge ja eigentlich. Kann ich das nächste Zeichen mit der Alchemie anfangen. Schon. Das ging ganz schön schnell. Was haben wir hier denn noch? Ich guck mir das ganze an. Das ist Artifice. Da kriegen wir zum Beispiel die Gargles of Revealing. Okay das ist cool. Arcane Stone. Daraus bauen wir dann die ganzen Sachen soweit ich weiß. Bone Bow. Golden Mancy. Ja das sind einfach die Golden Sympharmic Tinkering. Ist dann das nächste Level würde ich mal sagen. Da brauche ich ganz ganz viele Sachen. Das sind die ganzen Ico Sachen dann. Die macht Nordop gerade. Okay aber das ist auf jeden Fall cool. Dann haben wir das jetzt nämlich schon fertig. Das gefällt mir. Dann würde ich sagen. Beenden wir die Folge auch hier. Na Moment. Aber die Folgen sind jetzt halt ein bisschen kürzer dafür ne. Müsst ihr euch halt überlegen. Ja aber ich denke es ist nicht so schlimm wenn ich jetzt die Folgen halt ein bisschen kürzer mache oder? Ich meine wenn ich jetzt Formcraft dafür fertig mache. Ich sage jetzt noch vier Folgen maximal Formcraft. Und ich muss ja nicht alles auf einmal machen. Ich kann jetzt zum Beispiel noch. Das, das, das machen. Und Formic Tinkering schaue ich mir erst später an. Und dann mache ich die. Jetzt sind nur noch drei Folgen. Und ich mache jetzt erstmal dann wahrscheinlich noch das hier. Wobei ich mache mir die Goggles auf Revealing. Ja ich mache mir die Goggles auf Revealing. Also das hier als nächstes. Und damit laufe ich dann ein bisschen rum. Sodass ich das hier überspringe. Und damit halt ein bisschen rumlaufe. Mit den Goggles auf Revealing. Weil dann sehe ich noch mehr Sachen. Ups das wollte ich gar nicht. Ähm. Und dann kann ich noch ein paar Aura Notes erstmal aussaugen. Weil ich muss ja den Zauberstab hier auch voll bekommen irgendwann mal. Ähm. Muss irgendwas reinmachen. Mal gucken ob hier unten irgendwo eine ist. Eine Aura Note. Ich denke aber nicht, dass das der Fall sein wird. So. Kobold. Kobold. Nothing can be learned from this. Denke ich mal. Und ich muss noch die Pilzfarm machen. Stimmt. Haben wir noch gar nicht gemacht. Schleendies Ventoraptor ist das oder? Nein. Der Uwraptor. Oho. Er kommt sich. Er fühlt sich. Alles klar bei dem. Er läuft. Jo. Und dann kann ich auch bald das machen was ein Auto piot. Wah. Da. Akin Levitator. Da geht's zum Akin Bohr. Gott nein ich komm hier nicht mehr raus wenn ich da reingehe. Ich werf das genau wieder da rein hier in der Perle. Nein. Nicht mal. Ha. Okay. Ich sollte auf ihn rumzutrollen eigentlich. Was mach ich dir denn eigentlich. Ich hab noch gesagt ich soll hier unten auch noch mehr Bäume anpflanzen. Unter den großen dann. Das hab ich auch vorher. Keine Sorge. Ja. Jetzt sind wir bei Neurob. Und ich darf hier rein hat er mir mal gesagt. Ich guck mir das auch nur an erstmal. Das ist ja ganz cool hier. Finde ich echt. Ah da hat er jetzt diese Pressure Plates. Wo nur er drüber gehen kann. Kann ich ja nicht umstellen. Aber ich kann die Tür aufmachen. Okay. Interessant. Da ist mein Kopf. Was ist da? Einfach nur ein Schild. Snowbox sein. Kann ich nochmal ein paar Sachen analysieren. Ha. Ich schleiche mich einfach ins Haus rein. Und alle diese Sachen. Bin so böse. Item Frame. Carpenter Slope. Ja. Das hab ich ja auch schon. Also die Carpenter Dinger. Die sind echt cool. Das Crucible muss ich mir auch noch aufstellen. Soweit ich weiß kann man beim Crucible. Ja genau. Kann man auch nicht da drunter packen. Das wollte ich mir eigentlich jetzt angucken noch. Die Construction Table kann ich mir auch mal machen. Ich analysiere erstmal ein paar Sachen. Ha. Erstmal alles glauben was es hier gibt. Alles analysieren. Arkaen Bellows. Okay. Martin Bellows. Pedestal. Hallo Golem. Haha. Ich analysiere einfach alles. Wieso war das ein eine Voyager und das andere nicht. Interessant. Das ist so eine Kerze, die will ich auch noch analysieren. Black Teller Candle. Okay, ein Stone Block. Ein Infusion Filler. Das geht nicht, okay. Das kann ich noch analysieren. Okay, eine Lambigar. Dann, was ist das gewesen? Irgendein Furnace. Okay. Einfach überall alles analysieren. Das Motik Enchanter. Was ist das? Ist das auch von Thumbcraft? Ja, anscheinend so wie es aussieht schon. Cool. Cool, cool. Okay, dann gehe ich auch wieder. Will hier ja nicht stören oder so. Dann kriegen wir ein Zeugs wieder. Lieber größer Shlendy. Okay. Kann ich dir nicht helfen, Shlendy? Tut mir leid. Boah, dann kann ich von der Skyway direkt rüberfliegen. Cool. Aber jetzt sitze ich hier fest. Wow. Was machen da so viele Viecher? Das ist doch schon ein bisschen übertrieben, wie viele Viecher da sind. Sterbt. Sterbt. Alle tot. Kobalde los. Die Gold Leggings kann ich nicht anschmelzen, wenn die beschädigt ist, glaube ich, oder? Schauen wir einfach mal nach. Nope. Kann ich nicht. Dammit. Small Browser Junk. Kann ich auch nicht schmelzen, sonst muss ich erst einmal schmelzen. Okay. Aber dann denke ich mal, war es das wieder mit der Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.